Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins hier bei ExplorePation das eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in der Zwergenstadt unterwegs und in dieser Folge werden wir den Lügenbold mal ein bisschen vorverendete Tatsachen stellen. Wo waren der jetzt? In der Kammer der Versammlung war er nicht. Er war hier im 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 hier königlich Palast. Er war ja wir sollen mit ihr reden aber wir wollen ihn erst mal. Ich denke es wird jetzt auch eine Klopperei geben. Wo waren der? War der nicht jetzt? Hier? Da haben wir uns Wache. Wo war denn der jetzt? War der doch im königlichen Palast? Wadler? Wadlinger? Da kommen wir nicht rein? Da müssen wir mal eben gucken. Da sind wir hier falsch. Aber die Möglichkeiten gibt es ja nicht wo er sein kann deswegen werden wir ihn bestimmt auch recht fix bringen. Eure Stimmen für laut wählen. Wir merken alle das Veränderung... Königlicher Palast. Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Okay hier sind wir auch bald. Hier sind wir auch falsch. Okay wo war denn der? Da ist der weitergezogen. Da bleibt ja jetzt nur noch eine Option. Ah da steht er. Okay. Da speichern wir vorher ab. Sicher ist sicher. Nun, habt ihr Lady Days und Lord Helmy gefunden? Ich habe mit dem Bewahrer der Erinnerung gesprochen. Diese Papiere sind gefälscht. Gefälscht? Nun, natürlich sind sie gefälscht. Es gibt keinen legalen Weg, auf dem Harrowmont dasselbe Land zweimal veräußern kann, oder? Ich glaube euch nicht. Ihr habt sie gefälscht. Überreden. Sagt mir wo ihr sie wirklich her habt. Ihr solltet nicht die Geschichte der Papiere recherchieren, sondern Baelin eure Loyalität beweisen. Diese Fälschungen werfen ein schlechtes Licht auf Lord Harrowmont. Und wenn euch sein Ruf einerlei ist, solltet ihr damit kein Problem haben. Wo liegt eigentlich euer Interesse, Wächter? Ich kann nicht lügen nur um mich anzubiedern. Wenn ihr meinen Prinzen nicht unterstützt, wird er euch auch nicht helfen. Wenn ihr eure Meinung ändert, wisst ihr, was zu tun ist, um sein Wohlwollen zu gewinnen. Okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Für die falsche Schlange hier, die Papiere übermitteln, oder... Oh Gott. Wir gehen jetzt erstmal raus. So, und dann gehen wir in die Torgei. Hier sagen wir das jetzt auch erstmal nicht. Wir behalten die Quest mal offen. Wir müssen hier jetzt nicht direkt erledigen. Was ist das? Stilleviertel. So. So. Da wollen wir hin. Dieser Lügenbold. So. Ich habe Gerüchte gehört, dass ein bestimmter Weinhändler mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bezahle meine Ausgaben. Was ist mit den Ausgaben, die eure Freundin Javia hat, wenn sie euch beschützt? Es ist nicht leicht, für Ruhe zu sorgen. Wie leicht könnte jemand beschließen, alles in eurem Geschäft in Brand zu stecken? Mein Geschäft? Bitte. Ich habe nicht viel. Der Umsatz ist gering. Die Leute haben Angst. Sagt Javia, sie bekommt ihr Geld. Ich... Javia, reichen eure Versprechungen nicht, alter Mann. Lasst uns reingehen und nachsehen, was ihr vor uns verbergt. Okay. Wir gehen mit. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde. Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Eine Freundin von euch. Gibt es hier ein Problem, guter Mann? Bedrohen euch diese Männer? Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsama. Fremde. Zum Glück bietet Javia aus Mitleid Schutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen können. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereign. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Sie seht mal genau hin. Wollt ihr wirklich Streit? Wisst ihr was? Genau das will ich. Den sollst du haben. Wir werden nicht gekämpften müssen, wenn wir die Gäste haben. So. Oh, er ist schon tot. Keine Konzentrierung ist jetzt auf die Haltung. Lass mich in Ruhe. In Ordnung. Was ist denn weggehauen? Was soll ein Decker sein? Ich verstehe es. Was habt ihr getan? Bei den Ahnen, er ist tot. In meinem Laden. Ich muss hier weg und mich verstecken. Javia wird mich dafür jagen. Ich hab doch keinen Schiss. Was wisst ihr über diese Javia? Ich habe sie natürlich nie getroffen. Es heißt, sie verlässt die Stadt des Staubs nie. Das ist der ältere Teil der Stadt, wo die Kastenlosen zusammenkommen. Sie kommandiert diese Verderbtheit. Und seit dem Tod des guten König Andrin werden sie immer kühner. Es würde mich nicht überraschen, wenn ihre Männer mir sogar im Diamantenviertel nachstellen würden. Ja, das glaube ich aber nicht. Okay. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. So was dürft ihr nicht mal flüstern. Sie ist unangreifbar. Sie hat ein geheimes Lager unter der Stadt mit einer ganzen Armee, die bereit ist für sie zu sterben. Eigentlich sollten wir gar nicht reden. Ich, ich muss weg. Tschüss. Okay, dankeschön. Gut, dann schauen wir uns mal eben hier um. Wenn die Vendaden hier so unberaufsichtig lässt, aber hier scheint wohl nichts zu sein. Äh, schade. Sonst gar nichts. Nö. Okay. Äh, wir müssen... ...weiterziehen. Ja, dann gehen wir jetzt in die Tournai, oder? Tiefen Wege und... ...statt des Staubs will ich das erstmal nicht... Oh, ein Nook. Was glaubt ihr wird mit all den Leuten geschehen, die wir in Lothering zurückgelassen haben? Einige werden sich nach Deneram durchschlagen. Viele werden sterben. Ganz nach dem Willen des Erbauers. Wärt ihr nicht lieber dort geblieben, um mehr von ihnen helfen zu können, meine ich? Wenn die Verdirbnis nicht aufgehalten wird, müssen alle sterben. Wir dienen einem größeren Ziel, wir beide. Hier und jetzt. Wer war's? Wer war's? Ist es in Ordnung, einige Menschen für ein größeres Ziel sterben zu lassen? Äh, na? Noch ein Nook. Ich fühle mich schlecht dabei, hilflose Menschen in Panik zurückzulassen. Ihr tut, was ihr tun müsst, Älster. Uns erwartet noch weitaus Schlimmeres. Ihr müsst euch dagegen abhärten und das wissen. Ich denke was, ne? Darin war ich noch nie sehr gut. Im Abhärten, meine ich. Ich halte ein wenig Schwäche eigentlich für besser. Sie stört mich nicht. Ich glaube euch nicht. Abgesehen davon hat ohnehin keiner von uns eine Wahl. Was hier? Eine Rüstungsspiegelung? Ja. Okay. Seid ihr wegen einer Rüstung oder zum Gespräch hier? Äh, Königgeschehen, das gehört ja zu Jana. Habt ihr eine Tochter namens Dugna? Ja. Hat sie euch belästigt? Sobald sie den Gestank der Oberfläche riecht, lässt sie nicht mehr locker. Wie eine Glätte. Äh, ich möchte ja bei ihrem Studium der Magie behöflich sein. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Wenn Dagnar zur Oberfläche geht, verliert sie ihre Kaste und kann in Orsama nie mehr arbeiten oder heiraten. Zwerge sind nicht magiebegabt und Dagnar weiß das. Es ist nichts als ein hartnäckiger Kindheitstraum. Bitte schickt sie zurück, wenn ihr sie seht, damit ich sie zur Vernunft bringen kann. Okay, du wolltest also nicht die Nux haben. Wer war denn das? War doch einer von den Rüstungsschmieden hier. Ja, Dagnar. Hallo, wie kann ich... Ihr seid... Und ist es schon... Eine Weile her? Lange genug, um zum Zirkel und zurück zu reisen? Oh bitte, was haben sie gesagt? Es tut mir leid, der Tunnel existiert nicht mehr. Wie kann das sein? Es gibt immer einen Zirkel in jedem Menschenland. So steht es in allen Büchern. Die Magier wurden verderbt und mussten getötet werden. Ihr bleibt erst da hier und gehorcht eurem Vater. Äh, wir sagen ja erst mal die Wahrheit. Aber, was geschieht jetzt mit den Magiebegabten? Sie brauchen doch einen Ort der Ausbildung. Sie brauchen einen Zirkel und Hilfe beim Aufbau. Wo? Ich bin Schmieden. Ich kann alles herstellen, was sie brauchen. Habt ihr ihnen das gesagt? Ich breche sofort auf. Ich tue alles dafür. Ich will nur dort sein. Danke fürs Fragen. Noch nie hat jemand so viel für mich getan. Ist er absorbiert? Wird erledigt. Bitte ermutigt Dagna nicht länger. Sagt ihr, ihr hättet euch geirrt und ihr Platz sei bei ihrer Familie. Äh, Königgeschehenes gehört hier zur Schmiede? Okay. Dann sagt meiner Tochter bitte, sie möge nach Hause kommen und ihre verrückten Ideen vergessen. Ja, ist alles schon erledigt. Okay, dann haben wir die Quest jetzt wirklich erledigt. Oh Gott. Grafikpacks. Ich ahne Böses. Bitte hier nicht auch noch die ominösen Spielabstürze. Ähm, wo mussten wir denn jetzt die Nux abgeben? Für sie sollten wir in den tiefen Wegen nach dem Sohn suchen. Die dunkle Brut greift jetzt angeblich die Oberfläche. Eine Schenke doch auch nicht wahr. Erst. Zurück um etwas zu kaufen hoffe ich. Ich möchte, dass der Wohlstand der Oberfläche wieder zu uns kommt. Falls Behlen es schafft. Nein. Euer Oberflächengold ist hier jederzeit willkommen. Äh, äh, okay. Sollen wir ihm schon die Wahrheit sagen, dass hier... Andraste lehrt, dass Geduld ein Kind der Weisheit ist. Aber bitte sagt mir doch, ob ihr den Bewahrer gesprochen habt. Ich konnte ihn nicht zur Vernunft bringen. Nun, ich hätte nicht jemand anders um etwas bitten sollen, was der Erbauer mir aufgetragen hat. Viel Glück für euch, Schwester. Mögen wir beide im Licht wandeln. Ja. Du wandelst im Licht, so wie deine Rüstung plackert. Gut. Also hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. War das auf der anderen Seite mit den Nooks? Oder müssen wir davon noch mehr sammeln? Weiß es nicht. Wir schauen nochmal hier eben. Hier sind wir noch mehr. Wer nicht. Wer, sie nicht. Ah, hier. Geht weiter. Ich bin raus aus dem Nacktgeschäft. Und habe nichts zu verkaufen. So, hier. So, Rocker. Ich bin wieder im Geschäft. Wer ist denn? Außer Dankbarkeit kann ich euch nichts anbieten. Aber wenn ihr mir mehr von denen bringt, gebe ich euch, was ich so finde. Ja klar, kann man machen. Auf den Dealer lassen wir uns doch ein. Wir spawnen ja weiterhin random. Diamantenpfutter. Da müssen wir jetzt nicht hin. Wo ging es hier jetzt hin? Hm. Was siehst du? Minenkommandant. Was ist das? Eine Elfin? Mhm. Es tut mir leid. Aber ich kann euch die Front nicht ohne Genehmigung eines Teufels geben. Das hier passieren lassen. Und ich habe auch nichts von neuen Patrouillen gehört, die heute aufbrechen sollen. Okay. Lasst ihr mich passieren? In die tiefen Wege? Nicht ohne die Verstärkung durch eine komplette Soldateneinheit. Oder die Genehmigung eines Das hier, es allein zu wagen. Horsamer kann es sich nicht leisten, Bürger oder Ehrengäste bei Besichtigungen der tiefen Wege zu verlieren. Muss gehen. Äh... Ist die dunkle Brut die einzige Gefahr in diesen Tunneln? Natürlich nicht. Ihr werdet auf Riesenspinnen treffen, Tiefenlaurer und anderes gezücht. Tiefenlaurer? Hässliche Biester. Gehen auf zwei Beinen, haben aber einen Wurmkopf und jagen in Rudeln. Seid vorsichtig. Sie greifen auch ganze Gruppen an. Okay. Gibt es jenseits dieses Punktes keine Zwerge mehr? Nur einige Außenposten. Von der Legion der Toten, diesen Narren. Außerdem noch einige Plünderer. Legion der Toten? Es ist eine unabhängige Gruppe von Soldaten. Sie nehmen von niemandem Befehl an. Nur von ihresgleichen. Sie nehmen jeden, der eine Waffe halten kann. Verbrecher, ebenso wie Wahnsinnige. Ja, das Beitrittsritual ist eine Beedigung. Und sie schwören, ihr einziges Ziel sei ein ruhmreicher Tod. Ja. In eurem Interesse wünsche ich euch, dass ihr nie mehr herkommen müsst. Ja, ich glaube, wir müssen aber, mein Freund. Wir müssen. Gut. Schauen wir mal, wenn wir das Nack jetzt abgeben. Wo es uns da noch was für gibt. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Oh Gott. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es in das Tourneigelände. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss bis demnächst. Bye-bye und tschau tschau.